Es ist mal wieder soweit, das Video mit der kürzesten Halbwertszeit des Jahres, meine Tipps zum Black Friday. Aber ehrlich gesagt will ich, dass dieses Video auch darüber hinaus noch eine gute Inspiration für deine nächsten Anschaffungen im Studio sein wird. Und deshalb teile ich dieses Video auch in drei Kategorien auf, bei der wirklich für jeden etwas dabei sein sollte. Welche Kategorien das aber sind und was ich mir selbst zum Black Friday gönne, das erfährst du jetzt in deinem Recording-Blog. Die drei Kategorien in diesem Video teilen sich ganz einfach auf in Anschaffungen für Einsteiger, Fortgeschrittene und Pro-Studiosis. Und ohne langes Umschweifen, Zeit ist ja gerade beim Black Friday echtes Geld, starten wir direkt mit meinen Tipps für den geneigten Einsteiger oder auch Wiedereinsteiger. Aber auch als Pro lohnt es sich natürlich hier nochmal dran zu bleiben, versprochen. Und alle Links mit und ohne Affiliate wie immer unten in der Videobeschreibung. Für Einsteiger hängt über der Ungewissheit der richtigen Anschaffungen auch immer das Damoklesschwert mit der Frage, was, wenn es mir vielleicht doch keinen Spaß macht. Denn hätte ich ja viel Geld ausgegeben für nichts. Und auf der anderen Seite steht das Wissen, dass alles, was man tut, einfach mehr Spaß macht, wenn man von Anfang an mit vernünftigen Werkzeug arbeitet. Sei es eine vernünftige Bohrmaschine, die nicht 10 Minuten und drei Billigbohrer für ein Loch in der Betondecke braucht. Oder eben ein vernünftiges Audiointerface, ein Mikro und ein Kopfhörer. Und zum Glück bedeutet vernünftiger heutzutage nicht mehr automatisch auch teuer. Wenn du also möglichst günstig, aber trotzdem vernünftig einsteigen willst, dann schau dir doch das hier mal an. Das ist der Vocaster 2 von Focusrite. Das ist ein Audiointerface, das zwar eigentlich für Podcaster gemacht wurde, aber trotzdem fast alles mitbringt, was man am Anfang der Studiokarriere und darüber hinaus auch gut gebrauchen kann. Zwei Mikrofoneingänge, Autogain, ein hübsches Gehäuse, das man hier schön auf den Tisch stellen kann. Dann gibt es natürlich einen USB-C-Anschluss hinten dran mit Buspower, einen Sitz-Du, einen An- und Ausschalter, Kopfhörerbuchse und natürlich Bluetooth für den Ton von deinem Handy und eine Softwarezentrale, um alle Eingänge auch noch zu steuern. Das Einzige, was fehlt, ist ein Instrumenteneingang. Wenn du den also dringend benötigst, dann ist das Skale 2i2 vielleicht auch eine gute Alternative, die aber ansonsten anschlusstechnisch eher hinterherhinkt und auch noch etwas teurer ist. Für Einsteiger mit Fokus auf Stimme oder als Zweitinterface für mal eben so oder wenn das Große mal wieder gerade nicht geht. Für mich auf jeden Fall die perfekte Lösung und das Ganze für schlappe 69 Euro. Eigentlich unglaublich, oder? Und unglaublich geht es auch direkt weiter, denn auch bei den Mikrofonen hat sich einiges getan, sodass man bei schmalem Geldbeutel nicht auf einen tollen Sound verzichten muss heutzutage. Für knapp unter 100 Euro bekommst du auf jeden Fall schon das Luit LCT240. Zusammen mit Stativ und Popfilter kostet es dann 155 Euro. Und wenn es auch etwas mehr sein darf und auch etwas fanziger aussehen darf, dann schau doch mal hier. Das ist das Origin von Aston. Das ist wirklich ein wunderbares Mikrofon, das auch später noch als Pro immer noch dich glücklich machen wird. Und beide Mikrofone habe ich natürlich auch getestet. Also sowohl das LCT240, das ich jetzt nicht mehr hier habe und das Aston in einem Video, das ich dir am Schluss auf jeden Fall nochmal verlinke. Fehlt eigentlich nur noch ein guter Kopfhörer. Hier unterscheiden sich die geschmacklichen Geister ja massiv, aber hier gibt es auch immer wieder richtig große Augen, wenn ich sage, dass ein Kopfhörer für 26,90 Euro klanglich oftmals besser abschneidet als viele teurere Modelle. Die Rede ist hier vom Superlux HD 681, hier sogar noch eingeschweißt zu sehen, der selbst von Hi-Fi-Fetischisten mit unglaublichem Staunenprobe gehört wird. Und wenn es noch etwas mehr sein darf, dann guck mal hier, dann gibt es den HD 681 auch als Evo, der noch etwas besser verarbeitet ist, aber klanglich auf der gleichen positiven Grundeigenschaft basiert und mit 31,90 Euro hier das Budget sicherlich auch nicht überstrapaziert. Also Kopfhörer auf jeden Fall check. Du siehst, eine vernünftige Grundausstattung ist schon ab 69 plus 98 plus 31,80 Euro, also ab 198,90 Euro zu haben. Natürlich vorausgesetzt, du hast einen Rechner und eine digitale Audio-Workstation deiner Wahl, also eine DAW. Dieses Setup ist übrigens auch als Backup oder als Reiseset für Fortgeschrittene nicht unpraktisch, aber als Fortgeschrittener hast du sicherlich nicht nur schon im Studio alles, was du brauchst. Du wirst sicherlich auch schon von der Plug-in-Sucht befallen sein, die die geschickten Marketingabteilungen der Hersteller auch immer wieder mal mit absoluten Must-Haves befeuern. Daher will ich dir jetzt hier heute gar nicht den neuesten VST-Shit anpreisen, sondern gemäß dem Motto eines meiner letzten Videos, dass man immer nur ein Plug-in nutzen und kennenlernen sollte, um es dann auch danach wirklich zu verstehen und gezielt einzusetzen. Daher für Fortgeschrittene nicht drei Neueinschaffungen, sondern die herzliche Empfehlung für nur eine. Allerdings für einen echten Klassiker. Nicht fancy, nicht schön, aber ein echtes Soundmonster. Das ist der Oxford Inflator. Du willst mehr Punch in den Drums? Inflator. Du willst gleich einen lauteren Mix, der wie aus einem Guss klingt? Inflator. Du willst mehr Eier am Bass? Klar, Inflator und so weiter. Normalerweise eher hochpreisig, so über 100 Euro, ist der Inflator in der Plug-in-Boutique gerade mal für 29 Euro im Sale zu haben. Ein echter Schnapper für dieses klassische Soundmonster, Klangmonster kann man sagen, dass er heute nur jeden Cent wert ist, aber Achtung, der Inflator macht wirklich süchtig. Und auch hier gilt natürlich wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Auch diese Empfehlung für Fortgeschrittene ist natürlich für einen echten Studioprofi-Dicht durchaus wertvoll, aber gerade für Pros sind es oft nicht mehr die großen Dinge, die jetzt entscheidend die Welt besser machen, sondern eher kleine Helferlein, die den Alltag und die Arbeit im Studio so verkürzen und damit dann auch erleichtern können. Einer dieser Helfer ist das Stream Deck von Elgato, das wir mal hier zur Seite schieben können, das in verschiedenen Ausführungen die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen kann und verkürzt. Sei es über die mitgelieferte Software oder mit dem kostenlosen Companion von Bitwig, wie ich ihn hier bei mir benutze. Das Stream Deck hier zum Beispiel ist gleichzeitig Schnittzentrale und Schaltzentrale für meinen Videomischer, das ATEM Mini Pro. Ich kann damit aber auch Referenzen wie bei Mitric AB zum Beispiel hin und her schalten und ich kann sie auch matchen und es steuert die grundsätzlichen Funktionen hier von meinem Apollo-Interface, wie zum Beispiel Lautstärke, Mono-Stereo, Lautsprecher-Auswahl, alles von meinem Apollo-Interface mit diesem kleinen Knopfdingen hier gesteuert, damit ich nämlich keinen separaten Monitor-Controller mehr brauche. Und guck mal, wie schön leer, wie schön leer hier mein schöner Schreibtisch geworden ist hier. Ist doch wunderbar, oder? Praktisch ist übrigens auch der Tablet-Halter hier, mit dem ich mein älteres iPad von 2016 am Mac noch problemlos als zusätzlichen Bildschirm benutzen kann. Auf dem läuft dann zum Beispiel beim Mischen der Analyzer von Voxengo oder mein Mail-Programm oder auch der Chat bei meinen Live-Tutorials im Premium-Bereich. Apropos Premium-Bereich, wo ich gerade davon spreche, so ein Zufall. Für den Premium-Bereich gibt es zwar keinen Black-Friday-Deal, weil er meiner Meinung nach wirklich jeden Cent wert ist, aber vielleicht viel wichtiger für dich, der Premium-Bereich im Recording-Blog. Mit unzähligen Tutorials, Songs zum Selbermischen, dem Austausch mit der Premium-Familie und vielem, vielem mehr ist jetzt, Achtung, ist jetzt kein Abo mehr, sondern du entscheidest, wie lange du dabei bist. Ein Monat, drei Monate, sechs Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Wichtig für dich zu wissen ist eigentlich nur, dass es immer günstiger wird, je länger du dabei bist. Ist ja logisch. Und du kannst dir natürlich immer mal wieder zwischendurch auch nur einen Monat gönnen, egal ob Black-Friday oder auch nicht. Aber jetzt zu meinem Black-Friday-Kauf, auch wenn er nicht reduziert war. Trotzdem ist er mega praktisch, klein, aber fein. Ein Trommelwirbel, ein Winkelstecker für meinen Kopfhörerverstärker. Da geht nämlich der Anschluss für den Kopfhörer vorne raus. Und damit das Kabel nicht wie wild vorne rausschaut und ich versehentlich vielleicht sogar dagegen donner, sondern das nach unten weggeht, habe ich diesen Winkelstecker gekauft. Und der ist jetzt nicht nur platzsparender, sondern er sorgt auch dafür, dass das Kabel nach unten rausgeht und ich eben nicht dagegen laufe, das ganze Ding abbricht oder Schlimmeres passiert. Klein, aber fein hilft Einsteiger, Fortgeschrittenem und Profi. Aber egal, zu welcher Kategorie du dich gerade zählst, schau auf jeden Fall noch in dieses Video mit den günstigen Mikrofonen rein, denn es ist wirklich beeindruckend, was heutzutage für echt kleines Geld schon so an Sound geboten wird. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und yassu! Ja, 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 ja.